Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 30. Januar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily, 1308. Und heute habe ich die folgenden Themen für euch zusammengekratzt. OnePlus Pad, Galaxus, EU, Mediatek, Apple und Benchmarks. Ich starte gleich mit dem OnePlus Pad. OnePlus startet ja oder hat jetzt offiziell endlich doch gestartet in der Schweiz auf Anfang des Jahres. Das war ein Ding, was eigentlich schon im letzten Herbst hätte passieren werden sollen, aber hat sich ein bisschen verzögert. Nun aber kommen gleich erste Geräte. Am 7. Februar dieses Jahres werden zum Beispiel in Indien das OnePlus Tab vorgestellt. Wir hoffen natürlich alle, dass das relativ schnell auch zu uns nach Europa kommt. Und was es genau kann, das werden wir sehen, ist ein 11,6 Zoll Tablet und hat einiges an Spezifikationen, die noch nicht ganz überall durchgedrungen sind. Deshalb lassen wir uns mal überraschen, was es da genau gibt. Es soll in dem Fall ein Flaggschiff Tablet werden. Also nicht, wie es andere Hersteller, wie zum Beispiel Oppo machen. Und ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal erzählt, hier in der Daily, mit einem einfachen Tablet auf den Markt zu kommen, zuallererst. Nee, hier soll anscheinend OnePlus direkt den Platzhirschen angreifen. Auf der anderen Seite, der mit dem Apfel. Wir sind mal gespannt und vielleicht dürfen wir uns das bald mal anschauen, wenn es dann auch zu uns kommt, logischerweise. Der Schweizer Online-Händler Galaxus, der zeigt Gewährleistungsfall und Retourenquoten bei seinen Produkten an. Das ist natürlich ein willkommenes Geschenk, um ein bisschen Werbung da draussen zu machen auf den ganzen Plattformen. Und so sind sie auch hier in der Daily gelandet. Was heisst das? Du siehst unterhalb des Produktes jeweils, wie die Rückgabequote ist, zum Beispiel bei TV's. Da ist auf Platz vier zum Beispiel Toshiba, dann kommt Sharp, Samsung, TCL und Philips bis zum achten Platz. Weitere Plätze kann man sich anschauen. Aber du siehst auch die Gewährleistungsfallkontrolle. Das heisst, wie lange geht es, bis ein Gerät dann irgendwann doch hops geht. Da sind Computer von verschiedenen Marken mit aufgelistet. Du siehst aber auch, was ist, wenn sowas passiert und dann eine Garantieabwicklung passiert. Wie lange das das gehen kann. Finde ich spannend, die Daten. Wer nicht, wenn ein Händler hat solche Daten und so werden sie auch sinnvoll genutzt. Man muss ja nicht unbedingt da kaufen, kann sich aber da mal informieren. Natürlich kann man auch da kaufen, aber wie eben man dann schlussendlich möchte. Die EU hat sich bei Google durchgesetzt und die dürfen jetzt mehr Transparenz bieten. Das geht vor allem um Google Flights und Google Hotels zum Beispiel. Da muss genauer Erkenntlichkeit gemacht werden. Bucht man da direkt mit Google oder über Google als Vermittler oder wie das Ganze aufgestellt ist. Auch gibt es aber für den Google Play Store und den Google Store Möglichkeiten oder besser gesagt Dinge, die man besser ausweisen muss. Wie zum Beispiel die Lieferkosten, die noch dazukommen. Wie es mit einem Widerrufsrecht ausschaut. Wie es bei Reparaturen und Ersatzoptionen so steht. Und vor allem auch dürfen sie kein Geoblocking mehr machen, sodass die EU-Apps EU-weit auch für jeden zugänglich sind. Und somit könnte man zum Beispiel hier, sagen wir jetzt in Deutschland, von den günstigeren Preisen in Spanien profitieren und solche Geschichten. Mediatek hat es leider schon wieder getan. Ein neuer Prozessor, den sie angekündigt haben, den Mediatek Pentonic 1000, ist schon ein bisschen her. Der ist vor allem geeignet für Fernseher oder soll geeignet sein für Fernseher und soll da so ein Flaggschiff-Modell darstellen. Beworben wurde das Teil mit vier HDMI 2.1-Ports. Und jetzt hat sich leider herausgestellt, nachdem man mehrfach und genauer nachgebohrt hat, plötzlich wurde das auf der Webseite geändert. Jetzt sind nur noch zwei HDMI 2.1-Ports. Das ist besonders hässlich, wenn man irgendeine Soundanlage und dann vielleicht noch eine Spielkonsole anschliessen möchte. Dann fällt alles andere flach. Und das ist unschön. Ja, da sollte man sich vorab ein bisschen genauer informieren, wenn man einen neuen Fernsehen kauft. Übrigens gibt es Hersteller wie Hisense, Panasonic, Philips, Sony und TCL. Die bieten nicht Lösungen, also Chips von Mediatek an. Die haben jeweils selbstentwickelte Chips und die haben zumindest eigene oder haben vier Anschlüsse mit HDMI 2.1, die sie offerieren auf ihren Geräten. Insofern ihr dann das richtige Modell wählt. Genau, und weiter geht es mit dem HomePod und den Umgebungsgeräuschen, die sich für Automationen nutzen lässt. Mit dem neuesten Update hat man ja die Möglichkeit, eben auf Umgebungsgeräusche zurückzugreifen. Das geht schon ein bisschen länger. Man kann sagen, hey, bla bla, spiel mir Bachgeräusche oder spiel mir Regengeräusche. Das kann man dann auch als Timer verwenden. Und oder man nutzt es dann in Routinen aufzunehmen mit Automationen, wenn dann gewisse Geräusche auftauchen, dass irgendwas passiert. Wenn zum Beispiel ein lauteres Geräusch von aussen kommt, dass man darauf reagieren kann. Sehr, sehr praktisch, wenn man sowas nutzen möchte. Und zu guter Letzt gibt es noch zu den in der letzten oder schon vorletzten Woche vorgestellten neuen M2 Pro und M2 Max Apple Silicon Chips verbaut in den MacBook Pros, die Apple verbaut hat. Dazu gibt es jetzt erste Benchmarkstests oder mehrere Benchmarkstests und die sind erstaunlich, was da abgeliefert wird. Im Geekbench 5 Multicore Prozessor liegen die ganz steil nach oben. Und sehr viele dieser Leute, die den schon testen konnten und sich ausgiebiger eben mit der Performance beschäftigen konnten, haben gesagt, dass die Computer so viel Leistung haben, dass normale Menschen sowieso nicht. Aber auch Menschen, die Videos schneiden und sonst noch ein paar Dinge machen, da überhaupt ein bisschen an dem Kern rumkratzen. Das ist natürlich schon eindrücklich und ich hoffe, dass ich nächstes Mal so ein Teil ein bisschen genauer anschauen kann. Nicht, dass ich mit meinen bescheiden Videokünsten und Audiokünsten da gross was ausreizen kann, aber so ein mobiler Mac wäre definitiv nicht verkehrt. Genau, das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Start in den Tag und wenn ihr mögt, hören wir uns gerne morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.